Ich bin ganz leise. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also, wonach suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert. Von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Privileg. Wen haben wir hier? Sebastian Salo und seine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollten. Ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves, wagt es. Das war die. Das war die. Das war die. Das war die. Warum sollte ich? Ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut. Wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Das war die Rüstung. Das war die Rüstung. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.